Im Rahmen der IHK-Kampagne Wirtschaft macht Schule haben die Bart-Spedition aus Burladingen und die Werdenbergschule aus Trochtelfingen jetzt einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Das Ziel der damit vereinbarten förmlichen Partnerschaft ist es, Jugendlichen einen besseren Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf zu ermöglichen. Im Rahmen der Berufswegeplanung sollen die Schüler betriebliche Abläufe eines Industrie- und Logistikunternehmens sowie verschiedene Ausbildungsberufe kennenlernen.